Hallo, wir sind in Castel Isval, hinten der Müllkippe und dieses außergewöhnliche Trio ist heute mit Noemi angekommen. Eine Ziege und zwei Hunde. Eine Familie, sehr komische Familie. Ich plane, die Ziege nach Hause mitzunehmen. Ich habe Platz und ich denke dort, sie kann sehr zufrieden sein. Ich hoffe, sie macht mein Grundstück nicht ganz kaputt und dort sie kann bleiben, wenn sie mag. Und die Funde werden wir versuchen, sie zu vermitteln. Oh, Mädchen. Hallo. Sie haben keinen Namen noch. Keinen Namen noch nicht gefunden. Hallo. Hola, guapo. Hola. Guapo, guapo. Ja, 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 ja. Hola. Du bist sehr niedlich.